Achtung meine Lieben! Am 7. August hatte ich euch in meinem Video über die Mondfinsternis informiert und auch auf die Sonnenfinsternis am 21. August 2017 hingewiesen. In der Woche vom Montag, den 21. August bis 27. August erleben wir alle eine gute Woche. Eine tolle Woche mit einigen wunderbaren Höhepunkten. Bereits am Wochenanfang erleben wir einen magischen Moment der Sonnenfinsternis. Die Sonnenfinsternis wird auch die schwarze Sonne genannt, weil sie unser Karma verbrennt. Unheimlich stark geht der Planet Uranus einher. Diese Sonnenfinsternis können wir positiv bewerten, denn sie ruft uns auf, Kurskorrekturen in unserem Leben vorzunehmen. Bereits am nächsten Morgen werden wir diese spüren und uns besser fühlen. Es liegt daran, weil wir uns nach der sogenannten Karma-Sonne tatsächlich wie neu geboren fühlen. Ja, sind. Mit allem Negativen aus der Vergangenheit schließen wir ab, verlassen unseren Kummer und beginnen mit einem ganz neuen Leben. Überlegt, was für positive Dinge in eurem Leben geschehen können. Es wird geschehen, wenn ihr es anpackt, um euer Glück in stabile Bahnen zu lenken. Habt Mut! Ich wünsche euch eine glückvolle Woche. Eure Deria dix.